Welche Bilder gibt es von der Heiligen Dreifaltigkeit? Von Gott gibt es natürlich keine Bilder, denn Gott ist reiner Geist. Doch was ist dann mit all den Bildern, die wir in den Kirchen finden? Da gibt es doch auch Darstellungen der Heiligen Dreifaltigkeit. Nun, diese Bilder sind keine Abbilder, sondern vielmehr Sinnbilder. Sie stellen die Dreifaltigkeit nicht dar, sondern sie drücken unseren Glauben an die Dreifaltigkeit aus. In katholischen Kirchen findet man zum Beispiel oft solche Bilder. Ein alter Mann mit langem Bart, Jesus und eine Taube. Jesus ist der Sohn, das ist klar. Der Vater hingegen wird mit hohem Alter dargestellt. Er ist selbstverständlich kein alter Mann, aber er ist von Ewigkeit her. Und der lange Bart steht für seine Weisheit. Der Heilige Geist wird durch die Taube dargestellt. Er ist natürlich kein Vogel. Aber bei der Taufe Jesu ist er in Gestalt einer Taube auf Jesus herabgekommen. Und das passt ganz gut. Die Taube hat nämlich ihren ersten biblischen Auftritt in der Geschichte von der Arche Noah. Als Noah nach vielen Tagen auf dem Schiff eine Taube fliegen lässt, bringt sie einen Ölzweig zurück und wird damit zum Boten für ein neues Leben. Und weil der Heilige Geist eben auch ein Bote für ein neues Leben aus der Gnade ist, ist die Taube ein passendes Symbol für ihn. Schön. Es gibt auch noch andere Bilder. Dieses zum Beispiel. Das haben Mönche gemalt und da steckt viel Theologie drinnen. Es zeigt, dass der Sohn das vollkommene Ebenbild des Vaters ist. Und dass der Vater und der Sohn den Heiligen Geist hauchen. Er ist die Liebe, die beide verbindet. Oder dieses Bild aus einer alten Kirche in Italien. Es zeigt die Einheit Gottes, indem es drei Gesichter zu einem verschmelzen lässt. Ganz lustig ist dieses hier. Das Drei-Hasen-Bild. Die drei springenden Hasen bilden eine Einheit und kommen mit drei Ohren aus, die so zusammenschmelzen, dass doch jeder Hase zwei Ohren hat. Diesen Typ von Bild gab es schon vor dem Christentum. Aber man fand ihn passend und hat ihn als Symbol für die Heilige Dreifaltigkeit umgedeutet. Wieder etwas deutlicher ist dieses Bild. Es ist eine Wandmalerei aus Äthiopien und zeigt, dass alle drei Personen in Gott gleich sind und untrennbar miteinander verbunden. Sie teilen die Attribute der Ewigkeit und der Weisheit. In den Ostkirchen ist diese Darstellung die bekannteste. Die Dreifaltigkeits-Ikone erzählt den Besuch Gottes bei Abraham im Alten Testament in Gestalt von drei Engeln. Ein schöner Hinweis auf die Dreifaltigkeit, fanden die Christen. Doch wer ist wer in diesem Bild? Es gibt verschiedene Deutungen. Aber eine davon erklärt gut die Lehre der Dreifaltigkeit. Schauen wir einmal auf die Hände. Die Hand der linken Figur ist die einzige, die segnend zeigt, auf die aber selbst nicht gezeigt wird. Damit wäre die linke Figur der Vater, der allein Ursprung ist, der den Sohn hervorbringt und mit bzw. durch den Sohn den Heiligen Geist haucht. Die mittlere Figur wäre entsprechend der Hände dann der Sohn und die rechte Figur müsste der Geist sein, da er auf nichts zeigt, wie auch in der Heiligen Dreifaltigkeit der Geist jener ist, der gehaucht ist, aus dem jedoch keine andere Person hervorgeht. Es gibt noch viele andere Bilder. Aber wie gesagt, sind sie alle keine exakten Abbilder, sondern Sinnbilder. Sie drücken unseren Glauben bildhaft aus.